Hallo NES-Freunde, ich zocke jedes NES-Game einmal an und ich bin angelangt bei Baby Baseball. Leider muss ich sagen, leider, weil diese Baseball-Games am NES sind jetzt nicht ganz so der Hit. Sagen wir mal so, nicht ganz so der Hit. Zumindest nicht für mich. Ich finde, es ist einfach schwierig, Baseball halbwegs vernünftig umzusetzen, sodass es spannend ist. Ich möchte keines dieser Baseball-Games, wird mich wirklich begeistern können, obwohl ich Baseball selbst so als Spielreal ja ganz nett finde, aber als NES-Game. Ah, ja, 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 ich weiß nicht. Sie sind schlecht gealtert, die Games. Die muss nicht mal laufen, Leute. Ich schlage einfach, drück ab und zu, das ist ein Punkt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt komme ich wieder dran. Muss ich wieder auf das Knöpfchen drücken. Ah, nein, noch nicht. Ja, komm schon. Zu früh. Next. Der war ganz okay. So. Safe. Juhu. Geht schon. Nächster Schlag. Ja, ihr Leute, ihr seht, ich bin wirklich begeistert. Ich meine, ja, der Sound ist rudimentär. Keine Hintergrundmelodie. Nix. Jetzt könnte ich wahrscheinlich herausfinden, wie der als nächstes wirft an den Blick von dem Maxl, indem ich mir das merke. Aber, Leute, leider keine Lust. Geht schon. Wirf endlich. Ja, ein kurzer. Hahaha. Ist aber safe. Gut. Macht das viel zu zweit mehr Spaß? Ich glaub nicht. Ja, hab ich kurz geschlafen. Schade. Noch ein Schuss. Geht schon. Hopp, 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 schieß endlich. So. Ja, das ist Baseball am NES. es folgen noch gefühlt wenn ich nur gefühlt es gibt glaube ich noch sieben weitere teile bis bald die hier ausprobieren darf der ergebnis aus schade werden hundern gewesen sonst geht schon noch ein was auch immer komm schieß schon na da ein kurzer hehehe ist raus ist drinnen nächste schieß schon safe haha komm schon schieß ja war zu schlecht auf jeden fall zu schlecht kam schon schieß ja schon nach links und sie soll so wieder ein schneller gefahren ich bin raus ich bin raus gut jetzt ist gewechselt ich darf jetzt schießen juhu juhu was muss ich dazu tun ein knöpfchen drücken nämlich das knöpfchen und dann schießt er schon nicht getroffen super noch mal und jetzt hat er getroffen die maxel rennen von selbst ich muss eigentlich nichts tun super spannend super spannend gut und wurf wachsen laufen ich muss nichts machen ich muss nichts machen dachte ich muss nichts drücken da hätte ich rausschießen müssen ok ok weiter das war's für mich schon wieder das war's für mich schon wieder ich diese ns games haben mich leider einfach nicht vom hockey ich sage danke fürs zuschauen muss sein ich muss alle ns games spielen und damit die leider auch alle baseball games sorry darum da drüben gibt es andere spiele wenn ihr nicht baseball sehen wollt und wenn ihr täglich neues ns foto haben wollt da unten danke ciao